Eine Aufgabe einer Clip-Verwaltung wie Mink ist es natürlich, Ordnung zu schaffen in großen Clip-Sammlungen. Und eine Möglichkeit, dies zu tun, möchte ich jetzt im Folgenden mal zeigen. Und zwar gibt es in Mink die Möglichkeit, Clips als Favoriten zu markieren. Schauen wir uns das einfach mal an. Und zwar beginne ich jetzt hier mal in dieser Miniatur-Ansicht. Und wenn ich mir mal die Miniatur-Bilder hier für meine Clip-Sammlung anschaue und ich gehe mit der Maus über einen dieser Clips drüber, dann sehe ich schon in der linken oberen Ecke wird mir so ein Platzhalter für ein Sternchen dargestellt. Wenn ich hier mit der linken Maustaste reinklicke in dieses Sternchen, dann markiere ich damit diesen Clip als Favoriten. Und wir sehen jetzt auch hier in der Bibliothek unter Favoriten wird jetzt hier eine 1 angezeigt. Das heißt, momentan ist ein Clip als Favorit ausgewählt. Diese Favoriten sind eine Einstiegsmöglichkeit, um sich jetzt hier Ordnung zu schaffen und favorisierte Clips auszuwählen. Und ich könnte jetzt eben hier Clip für Clip durchgehen und gewünschte Clips als Favorit markieren. Dabei würde es sich natürlich anbieten, hier auch eine Vorschau mit einzuschalten, sodass ich dann eben hier das Bild größer dargestellt bekomme. Eine andere Möglichkeit ist es, Clips direkt in der Vollbildansicht zu sichten. Die kann ich auch erreichen, indem ich einfach per Doppelklick einen Clip anwähle. Dann wird mir dieser in der Vollbildansicht dargestellt. Und auch hier in der Vollbildansicht finde ich diese Option zum Setzen von Favoriten. Wenn ich meinen Mauspfeil länger nicht bewege, dann werden die Steuerelemente hier ausgeblendet. Erst wenn ich die Maus wieder bewege, kann ich hier diesen Parameter wieder bedienen und zum Beispiel den Clip als Favoriten wieder entfernen. Wir sehen hier oben auch unsere Clips in so einem Filmstreifen-Symbol angeordnet. Mit den Pfeiltasten rechts und links kann ich mich dann einfach durch die Clips hindurch bewegen und so eben Clip für Clip sichten und überlegen, welche Clips ich eben mit als Favorit hinzufügen möchte. Über die Zurückschaltfläche gelangen wir letztendlich wieder zur normalen Bedienoberfläche zurück. In der Zwischenzeit habe ich, ohne es alles einzeln aufzuzeichnen, hier noch weitere Clips als Favoriten markiert. Und wenn ich dann mit meiner Favoritenauswahl soweit fertig bin, kann ich natürlich auch direkt hier in die Favoriten wechseln, um mir die als Favorit markierten Clips nochmal in der Übersicht anzeigen zu lassen. Und hier könnte ich natürlich jetzt auch nochmal durchgehen und kontrollieren, ob hier versehentlich vielleicht auch Clips gelandet sind, die ich nicht benötige oder vielleicht auch einfach Clips doppelt sind. Dann könnte ich diese hier wieder als Favorit entfernen, wie zum Beispiel diesen hier. Das ist eigentlich mehr oder weniger doppelt. Ich entscheide mich mal dafür, diese zweite Variante hier aus den Favoriten wieder zu entfernen.